Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Assassin's Creed Black Flag. So, wir sind immer noch auf der heiklen Mission, diese Kiste zu erreichen. Ja, guck mal. Kaum machen wir mal kurz eine Pause, funktioniert es. Ja, ja. Das heißt, ich muss nur speichern, das heißt mir bitte auch die Tour. Dankeschön. So, wir sind immer noch hier mitten im Auftrag, den wir machen müssen. Ah, aber zuerst hier haben wir die Kiste holen. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt auch, weil wir wollen ja langsam auch mal bei der Hauptstory weiterkommen. Also, Junge, manchmal echt. So. Hier müssen wir drum rumlaufen können. Sauber. So, dann ruhe ich mir das. Wir müssen hier, ja, Adlerauke aktivieren und so. Ich weiß, ich würde aber gerne zuerst... So mal. Mann, benimm dich mal. So. Ein Wildschwein. Was ich gerade in Büschen versteckt. Okay. Ich gehe schon mal in luftige Höhe. Jetzt wollte ich gerade sagen, was glitzert denn da oben? Oder ist es die Sonne, die da reinkriegt? Nein. Arschvoll. Schieß mich runter, traust dich eh nicht. Traust dich echt nicht. Na. Warum macht das denn nicht? Aua. Ja, das war natürlich sehr elegant. Das war alles so geplant. Sag mal. Also, langsam reicht's. Sorry. Tut mir übrigens halt, wenn ich hin und wieder mal... Und der guckt nur zu. Tut mir leid, wenn ich hin und wieder mal einfach mal ruhig bin mitten im Kampf, aber dann muss ich mich gerade ein bisschen konzentrieren. Ein bisschen, ach, sehr konzentrieren. Damit ich nicht gleich draufgehe. So, ich wollte ihn eigentlich erschießen. Was natürlich... Nachladen. Wie immer. Was natürlich wunderbar klappt hier. Na. Headshot. Tot. Und gab auch nur tausend. Das macht nichts. Das kann ich verzeihen. Was macht er denn? Hallo. Steh auf. Junge. So. Nächster. Und... Einfach, weil wir es können. Oh, schön. Ich wollte eigentlich nur den Herrn Hauptmann hier. Ich weiß auch nicht, warum ich den immer Hauptmann nenne. Ich wollte dich looten. Ach, zehn hat sich überhaupt nicht gelohnt. Toll. Ah, toll. So, ich wollte eigentlich euch noch Häschen zeigen. Weil Häschen müssen wir auch noch. Fang. Ich sage jetzt nicht töten, ich sage fangen. Rett natürlich gerade keines rum, ah? Ne. Soll. Stellen wir uns mal auf den Stein hier. Ja, Hoppelhase. Frau Hoppelhase? Irgendein Hase. Nein, nicht Wildschwein. Ein Hase. Hallo. Danke. So, die sind richtig gewitzt. Die sind richtig schnell. Aber das könnt ihr euch auch vorstellen. Ksch, ksch, ksch. Ruhig, ruhig, Eddie. Ja, wir haben's. Oh mein Gott. Wie viel Glück kann man haben? Aber wenn man was, was immer nur Pech hat, muss man wenigstens jetzt mal Glück haben. Einmal ein Knochen, einmal ein Pelz. Ja, von dir brauche ich auch noch mal was. Aber nicht heute. Nö, möchte ich jetzt nicht. So. Um das alles zu verzögern, machen wir hier einen Auftrag. Büh, büh, büh. Für die Hauptmission. Es ist noch eine Truhe da. Es ist noch ein Fragment da. Und es sind sowieso nur zwei Aufträge. Ja, dann kann ich es natürlich mit dem Argument, dass es sowieso nur einen Auftrag entschuldigen. Äh, wo ist... Hä, aber wo? Wo ist denn die Truhe und das Fragment noch? Ach, stimmt. Die eine Truhe ist noch da. Und das Fragment. Hallo? Falls ihr es seht, drückt da einfach mal auf den Bildschirm ruf. Zeigt da mal, wo. Nee, ich glaube, das wird gleich noch kommen. Ich weiß es gerade echt nicht mehr. Ist das wieder so ein... Kriegst du erst, wenn du D&D-Quest machst? Achso, ich kann da nachladen. Das sehe ich gerade. Dafür muss ich aufrüsten. Hallo, du sollst... Soviel dazu. Guten Tag. Guten Tag, der Herr. Guten Tag, die Dame. Ach, die Dame. So, gib mir einen Auftrag. Lass es Templer sein. Lass es Templer regnen. Äh, nö. Aber er ist extrem brutal. Also, ein Böser. Einfach so ein Böser. Einfach so. Ich sollte manchmal einfach meine Klappe halten. Natürlich. Da, wo wir herkommen. Da sind wir. Na, da kommen wir hoch. Geht auch. Na ja, wir laufen gerne. Oh, oh, oh. Gut. Oh, Liebespaar? Na, scheint fast so. Och, süß. Entschuldigung. Was? Das Ziel aufspüren. Natürlich. Oh. Hier liegen sie ja auch schon. Die Armen. Kriege ich den? Ja. Niemand bemerkt was. Oh, 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 oh. Also, Herr Scharfschütze da oben. So, nachgeladen ist. Treffe ich den dann von hier aus? Natürlich nicht. Ja, ich drücke ja schon. Zufrieden? Ja, gehen wir nicht auf den Keks, bitte. Siehst du, siehnt, ich bin sowieso nicht mehr, also. Äh. Schubsen! Schubsen! Edward! Edward! Ah! Ich hab doch A gedrückt! Ich, ich, ich drück doch A! Geht doch. Mann, was ist denn das hier jetzt? Äh. Sieh, sieh, aufhören zu kämpfen. Okay, was so manchmal ist es? Ja. So, wo ist unser Ziel? Da vorne. Schon gesehen. Der Dicke? Natürlich, der Dicke. Schaffen wir den dann? Ist bestimmt zu weit weg. Nö. Ach, guck einer an. Cool. Kopfschuss, komm, kriegen wir hin. Jetzt! Nein, das war die Schuld. Äh. Echt jetzt? Schöpft einfach nur... Musst du mich verarschen? Na, geht doch. Das Ziel eliminiert. Schön. Oh, hi! Möchtest du zu mir gehören? Nee? Okay. Dann musst du sterben. Tut mir leid. Das Spiel verlangt es so. Ach, noch einer. Ach, so einer. Sag mal. Würdest du bitte... Dankeschön. Sie müssen sich immer alle wichtig tun hier. Ich habe ihn nicht besitzt! Was war das? Tja. So. Und zur Strafe lud ich dich. Oh, geht doch. Mann, Mann, Mann. So. Die Aufträge haben wir. Das heißt, wir können uns der Hauptmission widmen. Nein. Ob ich die Truhe da hinten gerne hätte. Ja, die Truhe da hinten gerne. Naja. Ist leider nicht mehr auf dem Weg, also kann ich ja die Ausrede nicht benutzen. So ist es. Dann gehen wir mal hoch. Das meint, ich wollte eigentlich ein einziges Mal wie ein zivilisierter Mensch die Treppe nehmen. Aber nein. Ach, guck mal hier rum. Holen wir. Ja. 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 Sie rettete mein Leben. Und nun suchen wir nach einer Crew, um mein Schiff zu bemannen. Nun, es gibt zahlreiche fähige Männer. Nur sei vorsichtig. Vor zwei Wochen kam eine Schiffsladung englischer Seeleute an und fühlt sich nun auf, als würde ihnen hier alles gehören. Gut. Vielleicht kann ich wen anheuern. So. Ja, die Anzeige präsentiert, wie viele Mitglieder wir haben, wer schon alles gestorben ist. Und je nachdem, äh, macht das halt auch aus. Ah, wir haben gar keine. Ist klar. Schick alle Männer, die du findest, zur Jackdorf. Gib ihnen Arbeit. Danke, Ade. Ich frage mich nur, mit was bezahlen wir die Männer denn eigentlich? Weil wirklich Cola haben wir ja selber nicht. Naja. So. Ihr seid ein gesuchter Pirat. Recht wird gesprochen. Ja. Das halte ich von deinen Befehlen, du Hund. So. Ihr schließt euch mir an, habe ich gehört. Gracias. Meinen Dank. Mein Leben gehört euch, Capitano. Da haben wir gerade Sandwich gespielt. Okay. So, aber jetzt, wo wir ja die Leute zusammentrommeln müssen, liegt das doch ganz bestimmt auf dem Weg hier. Liegt doch auf dem Weg, oder? Natürlich. Guck mal, das ist doch gar kein Umweg. Du bist doch auf. Ja, ich kann es nicht. Es tut mir echt leid. Ich versuch wirklich mein Bestes, aber ich kann es nicht. Das lässt mir sonst keine Ruhe. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. So. Na komm. Eddie mach ein bisschen schneller, damit es nicht auffällt. Was ist gut? Nein, wir wollen nicht auf das Schiff. Nein, wir wollen nicht auf das Boot. Wir wollen auf das... Hallo! Das ist die Rache, ne? Das ist die Rache. Hm, der Mord geht schon. So komm. Hopp! Na! Dankeschön. Leute, ich weiß gar nicht, wie gut das es tut. Oh. Jetzt geht's mir gut. Das ist schön. Jetzt fühle ich mich frei. Kann ich mich auch ganz der, äh, Aufgabe betonen. Hm. Hm. Ich sag gleich mal die Praten hier vorne. Fretten. Na, wird's bald. Danke. Ja, ganz toll. Nee. Nee, hier müssen wir hoch. Komm. Komm, komm. Geht da. So. Nee? Wo sind die denn? Achso. Okay. Also, drunter. Gut. Worn, worn. Ja. Au. Au. Ich bin gleich tot. Wenn sie mich jetzt noch treffen, bin ich tot. Oh, 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 oh. Nicht, 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 nicht. Aua. Aua. Find ich ja nicht fair. Also, ich schieß auch nicht auf euch. Siehste? Das würde ich nie machen. Das würde mir nie in Synchron. Nachla. Nee. Nö. Komm mal her. Hallo? Herr Bug-User. Na komm. Ich habe keine Anzeige übrigens. Hallo? Sag mal. Wird er mich verarschen? Nein. Na, geht doch. Und jetzt guck bitte schön weg. Guck bitte schön weg. Geht doch. Komm nicht gleich so. Oder mal hier gucken. Ja, komm noch mehr. Noch mehr. Au, ist tot. Geht doch. Jetzt werden die zwei misstrauisch. Was könnte das sein? Ich weiß es auch nicht. Gehen wir mal beim Heuhaufen gucken. Gehen wir raus. Oh, ist fein. So ist fein. Oh, da ist ja noch einer. Das ist so doof. Den habe ich nicht gesehen. Und das lief gerade so gut. Wo denn? Ach, da. Ach, der Lepalle da oben. So. Hi, Leute. Wo sind denn noch welche? Da. Oh, da. So. Dann gehen wir die anheuern. Ihr seid frei. Naja, so halt. Ihr arbeitet jetzt für mich. Ich denke mal, das machen sie um einiges lieber, wie sich hier gefangen zu halten. Gefangen halt zu lassen. Gefangen zu halten. Ah ja. Müssen endlich mal meinen eigenen Dunen schreiben, ne? Das ist mein letzter Warnung. Das ist mein letzter Warnung. Was ist denn jetzt los? Auf anything and everything. Alles und jeden. Ähm, ja. Schön. So geht's natürlich auch. Auf dem Seil schießen und was? Ich konnte es nicht lesen. Ich konnte es nicht lesen. Warte, warte, warte. Warte. Wachen, entwaffnen und töten. Och nö. Auf das Seil schießen und den Piraten retten. Okay. Also Wachen. Äh, wie entwaffne ich denn? Wachen. Äh, nachladen brauche ich nicht. Ich habe zwei Schuss. Ich denke mal, wir sollten zuerst auf... Kenway, kommt schnell. Soldaten haben einen Mann in Eisen gelegt und wollen ihn hängen. Und warum kannst du dann gegen mich? An den Händen dieses Piraten klebt das Blut... An den Händen dieses Piraten klebt das Blut... Muss ich dafür die Fäuste auslassen? Ich habe keine Ahnung, wie ich die Männer entwaffne. Kann ich das nicht kurz irgendwo nachlesen? Ähm... Piraten retten, bla bla bla... Nachladen, Inventar... Herausforderungen, Datenbank... Ähm... Ähm... Hilfe? Ja, nee, das ist... Achtung, die Frau... Achtung, die Frau? Captain Kenway, kommt schnell! Soldaten haben einen Mann in Eisen gelegt und wollen ihn hängen! Na? An den Händen, Jesus! Ach! Ich habe gerade seine Frau geschossen. Achtung! Mastern haben einen Händen! Hoh! Huch! 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 Vielleicht mit A? Ja! So. Okay, einmal A. Nein, 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 das weißt du nicht. Das ist tatsächlich ein Stoog. Spy? Und den dritten, komm. Aua. So, und jetzt davon rennen, bitte. Ich hab den Piraten erhängt. Was? Äh, den Piraten erhängt. Ich hab... Ich hab ihn runtergeschossen. Hä? Was? Ich glaub, ich war auch einfach nur, äh, zu... Äh... Nö. Ich glaube, das machen wir erst beim nächsten Mal. Ich bin gerade total perplex, weil ich seine Frau umgebracht habe. Ne, das war aber nicht beim nächsten Mal, das machen wir jetzt. Da war ich gerade total schockstarre. Hä? Ich hab ihn doch errettet. Kommt schnell! Soldaten haben einen Mann in Eisen gelegt und wollen ihn hängen. Ja. An den Händen dieses Piraten! Klick! Da hab ich doch. So. Und nun? Mensch, ich hab das Schild. Los. Haut. So, kommen wir. Der nächste. Entwaffnen. Los. Und töten damit. Oh. Genau, super. So, jetzt wieder. Waffe loslassen. Ah, ich hätte... Nein, den kann ich kaum ausweichnen. Nein, du sollst ihn entfassnen. Edward! Schild! Verdammt. Nein! Desynchronisiert. Gleich. Gleich. Nein, 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 nein! Äh, 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 äh. Angreifen, dann, äh, blocken, töten. Und hin und wieder mal, wenn sich das schockiert. Mann, Mann, Mann. Eddie. Ja, ich weiß. Mann, 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 Mann. Sie stehen auf meine Seiten. Uff! Ah, jetzt hab ich schon wieder verpasst. Das gibt's ja nicht. So, komm. Entwaffnen. Los. Und töten. Geht doch. So, gleiches Spiel nochmal. Nein. Du sollst dich verteidigen. Ah! Entwaffnen. Los. Genau. Aua, das tut weh. Ich möchte nur mal gucken, ob ich es richtig mache. Entwaffnen und töten. Ach so, okay. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Und töten, los, töten! Eddie! Oh Gott. So, du musst sterben. Also bei aller Liebe, aber du gehst mir tierisch auf den Piss. So, nochmal. Nein. Einmal, zweimal und töten. Und töten. So, das habe ich. Und jetzt der letzte. Oh oh, der letzte wird schwer. Na komm, greif an. Entwaffnen. Töten. Oh. Oh. Oh ja. Gott, Gott, Gott ey. So. Das war ja jetzt Arbeit. Gott segne euer Zeitgefühl, Kenway. Na ja. So. So, ich habe die Frauen nicht erschossen. Ich habe, ähm... Ich habe es zu 100% erfüllt. Was war denn das? Und... Irgendwas habe ich noch gemacht. Oh. Warum muss denn das manchmal so kompliziert sein? Ähm... Ich meine, ich finde es das Schönes in der Herausforderung und so. Aber manchmal bin ich da einfach nur ein bisschen überfordert. Ja. Oh Gott. So. Na haben wir das. Ist das schön. Dann, äh, freuen wir uns, dass wir die Mission geschafft haben. Nach dem Fütterversuch war es jetzt. Und reden dann, äh, morgen, beziehungsweise in der nächsten Folge, äh, mit unseren Freunden. Bis dahin. Tschüüüü.